Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Ecki Gymbäck. Hallo, hallo, hallo. Wir haben den 11. Mai und hier ist die 11. Folge des Mauticast. Willkommen zurück. Willkommen, Thomas. Hi. Hi, Eckhard. Ja, moin. Moin. Wir haben mal wieder volles Programm. Wir haben ein cooles Interview mit dem Alex Hammerschmidt, der, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch schon aus der Mautic-Welt, der bringt jetzt ganz neu ein Shopify-Plugin raus und zwar für Mautic 3. Das ist das erste, neben dem E-Mail-Bilder vielleicht, das erste Plugin, was ich kenne, was direkt für Mautic 3 ist. Und das kommt jetzt gerade im Beta raus. Und dazu und zu Shopify und E-Commerce mit Mautic generell und überhaupt zu Mautic im Allgemeinen ein spannendes Interview etwas später. Es gibt ein weiteres neues Plugin, was rausgekommen ist, nämlich Thomas' Backup-Plugin. Ja, genau. Es gibt ein nettes kleines Backup-Plugin von Gautic. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Da habe ich dann im Backend einen kleinen Link, wo ich dieses Tool aufrufen kann und kann von Datenbank und Files ein Backup praktisch auf Knopfdruck machen. Das heißt, ich muss das nicht mehr auf der Konsole machen. Das macht im Default ein Backup lokal. Es gibt tatsächlich auch eine Version, wo ich Remote-Backup machen kann, zum Beispiel eine Dropbox, was natürlich auch nett ist. Das kostet, wenn ich es richtig verstanden habe, 49 Dollar. Kann man sicherlich investieren und ist sicherlich ein nettes Tool für die Leute, die vielleicht nicht auf der Konsole ein Backup machen wollen. Ja, ich freue mich vor allem, dass Greg wieder so ein nettes, cooles, nützliches Ding rausgeholt hat. Den kennen wir ja schon von anderen Plugins. Und da sucht sich, glaube ich, immer echt so die Nischen raus, die so ein bisschen Wert bringen und wo sich jeder darüber freut. Das Modell mit Free und Premium ist natürlich auch ganz cool hier. Und ehrlich gesagt, ich kenne mich ja selber. Es gibt schon Situationen, wo man echt zu faul ist, mal eben noch ein aktuelles Backup zu machen. Wir haben in der Regel hier immer ein tägliches Backup. Aber wenn ich jetzt mal eben was probieren will und auf Nummer sicher gehen will, müsste ich natürlich nochmal reingehen in die Konsole und umständlich ein manuelles Backup anschubsen. Und das mal eben machen zu können, ist schon nice. Ich freue mich. Ja, auf jeden Fall eine nette Sache. Ja. Gut. Wir machen wieder ein bisschen Technik-Teil heute. Ja, ist nicht richtig Hardcore, aber schon ein bisschen anstrengend vielleicht. Von daher, wenn es nicht euer Ding ist, macht schnell. Also macht auf doppelte Geschwindigkeit. Es geht um das Thema E-Mails. Und das ist ja tatsächlich eins, was in den Forums und sonst so immer mal wieder gefragt wird, in den verschiedensten Facetten. Und deswegen würde ich gerne die wichtigsten davon einmal ganz kurz beleuchten. E-Mail vom Prinzip her ist ja klar, versende ich in Mautik einmal transaktional. Also sowas wie, bitte bestätige deine E-Mail-Adresse oder halt auch zum echten E-Mail-Marketing. Sowas wie, hier ist dein Gutscheincode. Soweit, so gut. Und damit das gut funktioniert, braucht es aber einiges. Und als erstes brauchst du überhaupt mal erstmal eine Absenderadresse. Und das ist die erste große Entscheidung, die man treffen muss, mit welcher Absenderadresse und konkret mit welcher Domain versende ich den überhaupt. Eine Denkrichtung, ich nehme die Domain meiner Firma. Andere Denkrichtung, ich nehme eine andere, typischerweise ein Subdomain, meine Hauptdomain. Also entweder ich schicke von eki.at.xyz.de oder ich schicke von eki.at.m.xyz.de. Irgendeine ganz fremde Domain würde ich typischerweise nicht nehmen, das führt nur zur Verwirrung. Und das hat Implikationen, zum einen für den Versand, zum anderen auch für den Empfang. Und man muss halt im Einzelfall abwägen, ist es einfach möglich, über das normale Hauptsystem zu versenden. Oder kann ich im Namen, möchte ich im Namen des Hauptsystems versenden. Oder geht das beides nicht und ich versende mit einer ganz anderen Domain über ein anderes System oder mit einer anderen Domain über das Hauptsystem. Geht alles. Und für den, den ich jetzt verloren habe, noch zusätzlich einen drauf. Die Frage ist ja auch, wie versende ich eigentlich? Nämlich versende ich direkt aus dem Mautik. Also Mautik, PHP-Code, geht los ins Internet, sucht den Empfänger und schickt das da hin. Oder versende ich über einen E-Mail-Dienst. Also über Mailjet oder Amazon Assis oder was auch immer. Beziehungsweise vielleicht sogar über mein normales Hauptsystem. Also das kann Gmail sein, das kann aber auch mein selbst gehostetes, was auch immer sein. Ich kann also in Mautik auswählen zwischen per PHP versenden, aus einer Liste an vordefinierten E-Mail-Services versenden oder halt ein selbstdefiniertes E-Mail-System nehmen. Es gibt noch einen weiteren Weg, der heißt Sendmail-Delivery. Das bedeutet, Mautik gibt es an den lokalen Server und lässt denen dann die Arbeit machen, in der Hoffnung, dass es sehr vernünftig konfiguriert ist. Es kann also durchaus Fälle geben, wo das auch genau der richtige Weg ist. Ja, wenn man also diese Entscheidung hat, welche Domain habe ich, dann muss ich tatsächlich schauen, welcher ist der beste Versender. Da gibt es andere Kriterien neben Kosten. Kosten kann natürlich auch bei großen Stückzahlen Kriterien sein. Aber sowas wie, wer hat die beste Erfolgsrate bei der Auslieferung? Nicht so einfach rauszufinden, aber es gibt natürlich immer wieder Vergleichstests. Ist er in Europa, was natürlich zu DSGVO-Zeiten, DSGVO-Zeiten, habe ich das richtig gesagt, immer ein Kriterium ist. Und lässt er sich gut integrieren. Was kann er sonst zu? Vor allem hat er auch Inboxes. Es gibt noch ein weiteres Ding, ich würde immer einen nehmen, der mir erlaubt, eine dedizierte IP zu nehmen. Nicht, dass irgendein anderer Versender über die gleiche IP läuft, die irgendwo in Spam-Listen landet und ich deswegen auf einmal Probleme kriege. Also dedizierte IP ist wichtig. Und dann kann der Service auch Inboxes. Also kann ich auch den Empfang darüber abwickeln. Ist nicht unbedingt nötig, aber manchmal halt ganz nett. Wenn ich eine Organisation habe, wo ich das alles, das zentrale System unter Kontrolle habe, habe ich gar kein Problem, darüber zu versenden oder darüber zu empfangen, während der Versand über was anderes läuft oder was auch immer. Aber wenn ich eine große Organisation oder Firma bin, ist es manchmal sehr schwierig und ich brauche einfach am besten externe eigene Inboxes. Ich versende über M.schieß mich tot und empfange auch über M.schieß mich tot und das ist unser zentrales, keine Ahnung, Lotus-Notes im Keller oder so, das kriegt ja alles nichts von mit. Also, langer Rede, kurzer Sinn, Einzelfallentscheidung, was die Domain angeht, E-Mail-Provider für den Versand und für den Empfang, alles muss man sich anschauen. Und es gibt noch eine kleine weitere Geschichte, auf die man eingehen muss. Bei dem Versand muss man immer auch darauf achten, dass die Anti-Spam-Maßnahmen ordentlich eingestellt sind. Wer es nicht kennt, also Spam kennt glaube ich jeder, aber es gibt halt zwei technische Frameworks, die dafür sorgen sollen, also die sicherstellen sollen, dass die E-Mail, die ich von xy.com empfange, auch wirklich von xy.com kommt. Und ansonsten könnte, wie bei einer Postkarte, ja jeder einen beliebigen Absender draufschreiben. Und diese technischen Frameworks, die erlauben das halt. Das eine nennt sich SPF, Sender Policy Framework, genau. Und ist im Prinzip ein DNS-Eintrag, also ein Namensverzeichnis im Internet, wird dann hinterlegt für xy.com, dürfen folgende Server versenden. Da muss jetzt unser sendendes System drinstehen. Entweder das Mautic selber oder eben der Mail-Service, den ich verwende. Und das zweite ist etwas komplexer und anspruchsvoller, das nennt sich DICIM, ist im Prinzip ein Signaturverfahren. Jeder einzelne E-Mail, die vom System verschickt wird, wird signiert. Und im Internet kann jeder diese Signatur überprüfen, indem es einen sogenannten öffentlichen Schlüssel aus dem Verzeichnis sich runterlädt und damit verifizieren kann, ah, ja, diese E-Mail ist tatsächlich verschickt vom Besitzer des privaten Schlüssels. Wie auch immer das genau funktioniert. Aber der Punkt ist, wenn ihr das machen wollt, dann fällt schon mal das Thema Versand über Mautic raus, weil Mautic kümmert sich nicht um sowas. Sondern dann könnt ihr nur sagen, ich nehme einen E-Mail-Versender, einen Service, wo ich dann über eine GUI das einstellen kann. Oder ihr nehmt Sendmail-Delivery, also ihr versendet über das lokale System und hinterlegt dort die DICIM-Signatur. Ja, wie gesagt, alles nicht trivial. Wir haben das auch alles immer wieder in der E-Mail, jetzt ist es soweit, in der Knowledge Base aufgeschrieben zum Nachlesen. Und wenn ihr das aber ordentlich macht, dann funktioniert es auch sehr gut. Gut, kleiner Nachtrag vielleicht noch zum Thema E-Mail empfangen. Warum will man E-Mails empfangen? Das eine ist sowas wie Bounce oder Unsubscribe oder so, muss natürlich irgendwie gehandelt werden. Das andere ist aber, es gibt Kampagnen, wo man tatsächlich auch wissen möchte, aha, dieser hat da jetzt darauf reagiert und ich möchte in der Kampagne jetzt auf die Tatsache verarbeiten können, dass der Mensch hier reagiert hat, geantwortet hat. Und das, da gibt es auch wieder ganz verschiedene Varianten. Das hat auch mit Weiterleitung vielleicht zu tun, aber halt auch einfach mit irgendwelchen Workflows. Und in vielen Fällen ist es so, dass man differenzieren möchte, dass man beim Versenden schon nicht immer nur von Info-Ad oder so schickt, sondern von dem Sales-Rep, also von einem Vertriebsmitarbeiter, der diesem Kontakt zugeordnet ist. Und das geht ganz simpel in Mautic. Da sagt man halt, bitte nehmen den User als Absender in der E-Mail. Aber wenn ich dann eine Antwort bekomme, dann kann ich halt immer nur ein Postfach monitoren in Mautic. Und das ist nicht gut. Ich kann das natürlich dann tricksen, dass die ganzen Antworten alle auf das eine Postfach umgeleitet werden oder dass es irgendwie ein Forwarding gibt oder was auch immer. Aber wenn ich in der Kampagne wirklich intelligent weitermachen will und sagen, okay, wenn dieser Mensch eine Antwort erhalten hat, dann passiert dies. Und wenn jener eine Antwort erhalten hat, dann das. Dann muss ich tatsächlich ein bisschen sehr tricksen, beziehungsweise bin ich irgendwann auch aufgeschmissen, weil ich nämlich erstmal nur ein Postfach überhaupt monitoren kann für die normalen Antworten. Gut, und deswegen gibt es halt einen Feature-Wunsch, der heißt Reply Detection from More Than One Inbox im Forum unter Wünschen und Ideen, wie immer. Und verlinkt in den Shownotes, wie immer. Ja, super cool. Ich habe eine Kleinigkeit und zwar der Rodrigo Demetrio, den kennen wir aus der Folge 2. Da hatten wir ihn tatsächlich mal im Interview. Oh, Folge 2 war das? Bitte? Das war Folge 2. Ja, tatsächlich Folge 2, gefühlt drei Jahre her. Der hat schon länger einen Podcast und der hat tatsächlich jetzt nach einer längeren Pause wieder angefangen. Da gibt es aktuell zwei neue Folgen, die sind natürlich auch portugiesisch, soll hier aber auf jeden Fall erwähnt sein und freut uns natürlich. Ja, schöne Grüße nach Brasilien. Ganz genau. Sonne haben wir ja auch. Gut, ich habe auch ein kleines Update und zwar haben wir letztes Mal über die Entwicklung, was macht eigentlich Dibi Hurley gesprochen und was ist jetzt eigentlich mit einem Project Lead für Mautic. Und die gute Nachricht ist, ja, da hat sich einiges getan. Die schlechte Nachricht ist, da ist noch nichts final. Ich glaube, diese Woche müsste es, also jetzt, wir nehmen auf, wie gesagt, am 11. Mai, diese Woche sollte hoffentlich was rauskommen. Vielleicht zum Erscheinen dieses Podcasts gibt es schon was, dann würde ich das sicherlich jetzt offen erzählt haben, wenn ihr es gehört habt. Ansonsten bitte noch ein bisschen Daumen drücken, dass was Schönes wird. Ich glaube schon, wir haben eine ganz gute Lösung im Auge. Wir werden sehen. Okay, super. Und dann noch eine Kleinigkeit aus der Ecke von Leon. Ihr wisst, der macht ja Education und das Mautic Team Education hat sich beworben bei Google für die Google Season of Docs. Wer jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, der erinnert sich vielleicht noch an Google Summer of Code. Ja. Das ist jetzt analog, aber für Dokumentation. Im Prinzip können sich Open-Source-Projekte bewerben mit bestimmten Vorhaben. Und Leon hat sich, oder Mautic hat sich beworben mit, wir wollen die Developer-Dokumentation verbessern, wir wollen die End-User-Dokumentation verbessern und wir wollen eine richtig geile Knowledge-Base haben. Jawohl. Und wenn denn Google diese oder eins oder mehrere dieser Projekte annimmt, dann können sich Dokumentateure, technische Redakteure, dann bewerben auf die Projekte ihrer Wahl und können sagen, hey, okay, ich hätte voll Bock, die allergeilste neue, beste Welt für Mautic aufzubauen. Mhm. Ja, ziemlich cool. So, jetzt ist die erste Herausforderung, wird Mautic überhaupt angenommen oder werden die Projekte angenommen? Mhm. Das kommt raus, ich gucke mal auf die Uhr, in zweieinhalb Stunden. Ja. Also, zwölf Uhr UTC. Das heißt, wir kriegen es leider nicht in diesen Podcast rein, aber wir drücken ganz doll die Daumen für Leon und für uns alle, dass das was hört. Ja, Leon ist schon ganz hübbelig, ne? Ja, zu Recht. Gut, wir werden sehen. Wäre schon gut. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit Alex im Interview. Hier kommt Alex. Okay, hey Alex, welcome to the show. Thank you. Thank you, Akin. Nice having me. Ja, isn't it? How's life in Cyprus? Um, it's, it's really great, actually. Um, I guess the last month, uh, have been way nicer than in Germany or Austria. So, I'm initially from Vienna. And, um, yeah, my family told me that it was really, really cold and really, really hard to spend the lockdown there. So, it was a little bit nicer here. Okay, anyway, um, for those who don't know you, um, if you look at the LinkedIn profile, uh, you see the word automation specialist. Um, so, what exactly do you mean by that, or rather, how broad is that, uh, description? And also, how did you get there? Yes. Um, yeah, first of all, um, I studied architecture and I worked as an architect, um, more than, so all in all, like 10 years. And, um, um, so I come from a planning background and in architecture, you try to, um, take a top-down view on your projects. So, it's not like most businesses are running, like, work in progress and they get bigger and bigger and bigger and do, um, patchwork actually, um, as soon as they need stuff. And we are helping, um, these companies which are big enough to get in trouble because of the patchwork. So, we try to, um, we try to, um, uh, create top-down plans for existing companies who, um, are doing most of their work manually instead of automated. And, um, that's the reason automation specialist and, um, yeah, that's, I switched from architecture a few years ago, um, when I had a burnout and my wife had a burnout as well. And she was an architect as well. So, we said, okay, let's stop this life and change it. And then we changed, um, to write code for 3D drawing applications. And, um, suddenly we decided, no, let's do something totally different. And then we went into, um, creating online courses with our knowledge of doing 3D models and stuff. And then we started exploring how to market our courses. So, that's the, 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 that was the trigger to get into, um, web design and website creation and, uh, online marketing basically. And so, yeah, through this, we learned how to market our own stuff. And then, um, we built many, many websites and web shops and helped e-commerce companies or helped companies to create their web shops. And, um, um, plenty of, um, um, of consulting businesses to, uh, promote and sell their, uh, stuff. And so, we figured out someday that it could be actually the thing to, to get back to architecture, but in the online business world. And, uh, yeah, then we came up with the idea to automate what's automatizable, basically. Cool. What a journey. Man. And then, um, you already mentioned that, uh, beyond your general online marketing background that you created over the years, you went into not only automation, but, but a specialization in, in e-commerce. And, uh, so what, what is finally very visible in the modic world is that you are working on a Shopify adapter. And I wanted to take the chance to talk about that, uh, specifically with you today. So what, what gave you the idea for creating that adapters for Shopify specifically? Okay. So, um, we found that many businesses who use work commerce, or at least these who we worked with are a little bit greedy in terms of investing money into their business, especially into their, uh, online, um, uh, business. And so we, uh, took us to, uh, took a step further to see what else is there and where are people who are really willing to invest into their business. And so we found Shopify because in Shopify, it's basically necessary to invest from the beginning because Shopify is a quite expensive platform actually to run, uh, at least compared to a self-hosted WooCommerce store. And, um, then we said, okay, these are actually real, um, potential customers for creating a, um, software as a service, uh, with modic. So there are a few, um, integrations, marketing integrations at, on the market, um, to this day for Shopify directly built in, in Shopify, but actually none of them are really good. And I'm, 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 I'm such a big fan of modic. So I decided, okay, let's go there. And then here in Cyprus, there are many, um, online entrepreneurs and coders and so on. So we found somebody who had the same idea and he's very good at coding and he proposed to us to partner up and get the thing going. So, yeah, that was like five months ago. And so we digged in deeper and deeper and finally the alpha version is almost there. So, yeah, that's the, that's the, sorry. Did you already make public who that person is? Um, no, we didn't. Okay. Fair enough. Not yet. Okay. Not yet. Yeah. Yeah. So it's still, he, he was asking us for, um, um, for donating the brand. So we, we have this brand hard mode IO and, uh, he asked us, he liked the idea and he liked the logo and everything. So he asked us to, to take it with, to, to, to create this product within this brand. So that's what we, what we did and we are doing the marketing part and he's doing the developing part and side by side with our own in-house, uh, developers. So, yeah. Cool. Nice model. That's the, that's the thing at the moment. Tell us a little bit, what will that integration look like? What features do you already have, et cetera? And on the other hand, what do I have to do on either end to get the thing going? So how, how does, how does the integration work? Do you need plugins or, or. Yes. Um, it's, um, it's fully integrated in Shopify. So it's going to be within the Shopify marketplace. So it's not at the moment because, yeah, at the moment, it's not, um, a plugin, which you can, um, which you can purchase and install on your running Motic system at the moment. Because it's, we were, um, looking for a possible, um, for, for a valuable product. And at our research, we came up with that, that it's, that it's better to create a fully integrated plug, um, integrate, um, not integration, a fully integrated, um, Motic service within your, um, Shopify store or directly linked to your Shopify store. Because Shopify users are non-techs usually. And, um, um, it's more likely that people are willing to pay us or this service if they don't have to mess around with any line of code or like any kind of logging in somewhere else and integrating like funnels and emails and stuff. So we decided to build an app. So basically we built an app, which is running on our server and this app does, does the whole working. So it does basically the synchronization between the Shopify store and the, um, Motic instances. So as soon as you decide inside your Shopify, you can, you have the marketplace in Shopify and there you can, um, um, purchase or there you will be able to purchase the, the integration. And then you launch your plan and you get a button directly in your store where you can log in into your Motic and you don't have any login credentials. It all comes from the shop directly and, uh, in the background, uh, in the background, the app creates your own instance on our servers and launches, um, your Motic. Which is then automatically, um, connected to your Shopify store and synchronizes your clients, your, um, products, and also creates abandoned cart funnels and upsell and cross-sale funnels for you. So that's the, that's the biggest benefit. It actually, we have built in a templates inside of Motic and they, um, work directly with your existing clients and products. So you can use the whole beauty of Motic basically and email, um, for the beginning, um, for your Shopify store to, to drive sales or to drive marketing. Yeah. Sorry. So the idea is, is not, uh, for people who already have Motic to now be able to connect their Shopify to the system. It's rather for Shopify users to get access to really powerful marketing automation, including existing campaign templates, emails, whatever. Exactly. Yeah. Um, so that's for the beginning, but, but we are very, we are aware of the, of the, And we are looking or listening what the people are demanding or what the people are wishing. And if we see that the demand is big enough to create a plugin, then we will do so. But for the beginning, and especially for the alpha and beta phase, we need to gather data of how the system works and how our own servers behave and how it behaves with huge page load and synchronization load. So that's the most important data we need at the moment. And therefore, it's better to integrate directly with existing Shopify stores, which are running already. And also the beta is going to be open only for people who are running functioning business making Shopify stores. So it doesn't make sense for us to give out the beta because the beta is going to be for free for a few months. And it doesn't really make sense to give it out to a newbie who has like 10 clients and doesn't bring in some data. So the beta would be free access to your hosted service. Would you consider it a SaaS service, software as a service? Yes, totally. Yes, it's a SaaS. Yes. Did you ever consider cooperating with other more SaaS providers, like retailers? Yeah, not yet, because we are basically a or we became a retailer over the last year. We actually never planned this, but we have a marketing automation agency and we work with so many clients. And for all of them, we are setting up Mautic. And then we decided someday, instead of setting it up on their servers and having to mess around with different setups and different processes and so on and so forth, we just decided to create our own software as a service again. And so we are hosting for them as well. Okay, I'm curious to see how that goes. So you already mentioned you are somewhere close to the beta. What you or I have not mentioned before is that you are building this on top of Mautic 3, right? Mm-hmm, yes. Yeah, that's really cool. So it's one of the really first integrations or plugins directly for Mautic 3 and one of the benefits of Mautic 3 to the world. As soon as people can get the plugin. Hopefully. Yeah. Everybody is waiting for it. Yeah, but it makes a lot of sense to go this way. That's cool. How did the development process go? If you can speak to it, maybe you're not the person to ask, but was there any obstacles in terms of API limitations or roughness of Mautic 3 or whatever? Yes. So the biggest obstacles were not on the Mautic side, actually, or are not on the Mautic side, actually. The biggest obstacles are basically API calls. So that was the most confusing thing at the beginning. So, yeah, we have a very small team, so I know a little bit of the developing process and what's going on there. And the beginning was, like, you are very limited doing API calls on the Shopify side. And very limited means, like, only 200 calls per second. And that can be extremely limiting in bigger stores. So it totally doesn't make any problems as long as you have, like, 100 products or something. But if you have thousands of products and if you have thousands of clients who are shopping every day in your store and then you need a lot of API calls. And the biggest obstacle was to combine data and fetch it within one API call. Yeah, that was actually the biggest obstacle. And the second biggest obstacle was to keep track of what you already fetched and where you start fetching again on the next call. Okay, but that's really inside of the application logic itself. That's nothing. Yes. Mordic or Shopify? No. Okay. Exactly, exactly. But that's the thing what our app has to do because otherwise the app just shuts down all the time. So in the beginning, it was just you start a new store or you create your new connection and your new instance. And like two minutes later, it was shut down. So just because the calls are the server runs crazy. Yeah, I guess you guys had some fun there. You already talked about business model for paying for all the development. The notion of the Mordic marketplace, there's been some discussion in the last couple of months of ways to go and options. I guess it's multiple months down the road before we can really touch things there. But do you have any thoughts there? Do you need a subscription model for this? Or if there was a Mordic marketplace, it would make it easy for you to really get money for your development. Do you have any thoughts on what requirements you would have or see? Actually, I would not reinvent the wheel. And there is a small website software out there, which does it really smart. And so in my opinion, and that's WordPress. Yeah, yeah, yeah. We're referring to that one. Okay, so you like the model that you're going, right? Yes, and this model is so commonly used that we were planning actually in the freemium world. So we did all of our projects in the freemium world except our own hosting for bigger businesses. But I think it's very smart to give away a trial or like a small portion of what you do and charge for the stuff where you know, okay, as soon as people need these functions, then they are making money. So that's really cool in Mordic. You know, or basically you can say as soon as people send 10,000 emails, they are going to make money. If not, why are they sending so many emails? I mean, then they are really making some mistakes. So that's the thing what I think is a very good way to go. And I would love to see the marketplace go there, actually. Yeah. Because things like our app could be a great thing for people who just want to try out what possibilities are there. I mean, Shopify is not the only very good e-commerce software. So I think it's good to have the opportunity or the possibility to try and find your best fit. So, and I think the freemium model does exactly this. Let's go there. Very good. Okay. Yeah, but you already touched on some general insights in e-commerce, best practice, etc. I'm curious, among your customers, is there a lot of B2B as well, or is it just B2C? Our customers, that's only B2B. It's only B2B. Okay. Yes, I mean, it depends what you say is B2B and what is B2C in the marketing sphere. So, as a company who makes marketing automations for other companies or for other businesses, it's actually called B2B. Yeah, that's what I mean. Because, I mean, there are, of course, we have small companies, we have coaches whom we are building funnels for. And we have small businesses like language schools who we build their funnels and their automation for online courses and so on. So, that's the one thing, but that's all B2B. And the other thing is we build bigger online stores and automate what's possible. And many things of this automation process is running through Mautic. So, yeah, but these are like, yeah, 1,000 product shops and more. Wow. So, yeah, well, it's definitely a big difference whether you sell shoes or spare parts of machines or services. So, in my mind, even the funnel looks different. Yes. As long as we're, I mean, obviously capable, it's what we are with Mautic. And when you look at your stock templates that you're going to provide with the Shopify adapter, over time there is going to be a collection and one fits this and one fits that better, I would assume. Okay, fascinating stuff. Where can people learn more about, well, maybe about you or maybe about your company's service offerings? Where would people go if they would like to participate in the beta if they have a mature Shopify system that they would like to connect to automation? Where can people find you? Yes. So, first of all, our website, obviously. And the website is hartmood.io. That's like the German name, Hartmood. And I don't know, maybe you show it in the show notes or I can spell it. I put it in the show notes anyway. But I'm curious where that name comes from whenever I read it. I think there must be some funny background. Yes, actually, my wife and I, we created this company and we had a really hard time before that. And then we said, okay, we only want to do things where we are going to laugh really hard. So, when we are talking about our project and then we came up with this idea and to call the project Hartmood because we just found it funny. And then we were laughing the whole afternoon and then we just said, okay, it's settled. Yeah. I'm not sure everybody else out there who's not German language can share the humor, but be assured it is a funny name. Yes, it is. And even here in Cyprus, we have many people who really like the name and we have a chameleon. That's the – he is Hartmood, actually. And the chameleon is our – I don't know, it's called in English. Mascot. The mascot, exactly. And, yeah. Okay, so it's Hartmood.io. Yes, Hartmood.io. And on the website you find Hartmood.io slash Shopify integration. There is the landing page for the Shopify integration where we have set up a sign-up list for the beta, so for beta testing. And so we will get in touch with everybody who signs up there and talk with the people directly what are they wishing for and how we can make the best fit for them and for us in this beta phase. So that's the thing there. And also on the website, everybody finds stuff about us. We have a German-speaking YouTube channel, which we are creating at the moment. And it's also linked on the website. It's everything about Mautix, so we decided to step away from WordPress and really get all in into the Mautix sphere. So, yeah. Awesome. Good to know. That's the thing there. Yeah. And also we are blogging right now really hard or we try to bring out more stuff. I mean, there are some really good blogs in the Mautix sphere, but it's very technical. And we just found that especially our clients have many questions which need to get answered. And so we took on this challenge and started our blog. It's also there. And it's dual language. So it's German and English. So, yeah. Very cool. I think it's worth a read, probably. Excellent. Hopefully. Excellent. Excellent. Good stuff. Thank you so much, Alex. Please say hello to your wife and me. I will. I'm very curious to see the Shopify integration in action one of these days. Obviously, when Mautix 3 has landed. Yes. That's the latest. I mean, we want to make beta tests a little bit before, but we'll see. Very good. Okay. Thank you so much for your time and all the insights. And yeah, I'm sure we'll see and hear more from you. And I'm looking forward to that. Thanks, Alex. Nice. Thank you very much. Bye-bye. It was a pleasure. Thanks. Bye. Ja, Mensch. Cooles Interview. Und Shopify ist natürlich auch inhaltlich total interessant, weil es ja wirklich auch zu den großen Shop-Systemen gehört. Und da eine Integration in Mautix zu haben, ist eine super Sache. Ja, ja, voll dabei. Genau. Mal gucken. Wenn das Ganze live rauskommt, werden wir bestimmt einen Talk von ihm bei der Mauticon hören. Mauticon. Mauticon, die geilste Überleitung aller Zeiten, oder? Wahnsinn. Denn wir haben einen Termin für die Mauticon. Es gab ja, wie im letzten Podcast besprochen, ein Voting, eine Abstimmung über den Termin, den die Community sich wünscht. Und rausgekommen ist der 3. November diesen Jahres, also 2020. Das heißt, an diesem einen Tag wird die virtuelle Mauticon 2020, damit die allererste Mauticon überhaupt, stattfinden, wenn nichts dazwischenkommt. Und dafür braucht es natürlich eine Menge Vorbereitung noch. Und deswegen sind wir gerade genau an der Stelle, wo wir Leute noch bitten, mitzumachen in einem Team. Und das kann zwei Ausprägungen haben. Zum einen haben wir so ein kleines Kernteam, was so im Endeffekt dafür zuständig ist, den Masterplan zu machen und in alles andere sich überhaupt auszudenken. Zum Beispiel, ja, wir brauchen vielleicht Papers, wir brauchen ein Logo oder ein Design, wir brauchen eine technische Infrastruktur und dies und dies und das. Und neben diesem Kernteam braucht es dann auch Leute, die an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich was umsetzen. Also die zum Beispiel ein Logo malen oder technische Infrastruktur bauen. Und deswegen, wenn ihr für das Kernteam oder für irgendwelche Areas, die noch gar nicht benannt sind, Lust habt, ein Teil der Mauticon zu werden, dann auf alle Fälle sagt mir gerne kurz Bescheid. Und ich würde mich total freuen, wenn wir eine richtig schlagkräftige Truppe haben. Wir haben schon tatsächlich jede Menge, hier noch nicht genug, nie genug, aber wir haben tatsächlich mehr als erwartet schon Zuspruch bekommen von Leuten, die mitmachen wollen. Und wir freuen uns, wenn aus Deutschland auch noch ein, zwei Leute dabei sein könnten. Oder aus dem deutschsprachigen Raum, sorry. Und schöne Grüße nach Schweiz und nach Österreich, nach Schweiz, Gott, in die Schweiz und nach Österreich. Ja, Thomas, und sonst so? Ja, alles gut. Muss ja, ne? Muss ja. Ja, ich würde gerne nochmal alle daran erinnern, kräftig weiter sozusagen, also gerne soziale Medien etc. rauf und runter, also wirklich gerne, aber halt auch die persönliche Empfehlung, die, da kriege ich die allermeisten, das allermeiste Feedback so von wegen, hey, und ich habe jetzt auch den Podcast gehört und voll super und ich sage es auch weiter. Ja, bitte, bitte tut das wirklich. Genau. Wir freuen uns. Das hilft uns. Genau. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Deckel zu für heute. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Von mir auch. Bleibt gesund und wir hören uns in wenigen Tagen und Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.